Wir müssen Arabella rauskommen. Jetzt! Du hast die Gäste gehört. Sie warten auf Corka, um zu Wort zu geben. Ich würde schneller durch die neun Hellen treten, als in diesem Schnee zu vertreten. Warum haben die Druiden eure Tochter? Arabella hat versucht, ihre Eidol zu schrauben. Druiden haben ihre verdammten Gedanken darüber verloren. Sie brauchen sie für ihre preissten Ritual. Oh, es ist alles meine Schuld. Ich habe sie gesagt, ich wünschte, dass die Rituale Sache einfach wegzunehmen, oder besser gesagt, explodieren. Jetzt haben wir Arabella getroffen von ein paar Druiden, die uns lieben. Das ist nicht richtig. Es klingt, dass sie das faszinale Fehler gemacht hat, dass wir nicht involviert werden müssen. Aber es geht um ein Kind. Ja. Ich weiß, dass euch das nicht gefällt, aber... Mino. Okay. 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 Okay, verstanden. Das war eindeutig. Volvo, äh, Volo. Hä? Nun, von mir aus, fragt. Ein Barde. Oder Wissenschaftler. Klassische Blinderband im Patchen und einigen Bohrhax. Sie waren wie alle Goblins niedrätig und böse. Eine genaue Beschreibung abliefern. Ja. Goblins waren aus rarer, gemischem Blinderband und magische Blödsäcke. Und die Drogen, die sie in der Rehe hatten, war es von Brass- oder Silber-Varität? Hm. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Was wollt ihr genau? Die Wahrheit, mein Freund. Nicht ein Kuss, mehr oder weniger. Letzte Frage. Dann sind Sie ziemlich frei. Wurde die Attacker zu der Absoluten, wenn sie auf den Garten fallen? Glaubt nicht. Die waren zu sehr am Überleben konzentriert. Ja. Wirklich? Well, das kompliziert Dinge. Aber dann wieder. Well, never mind. Ich habe einen interrogiert. Ein Kaptist in diesem sehr Kamp. Sie berichtet, dass sie ihren Gott, Maglavia, in favor of jemanden, die die Absoluten nennen. Der Skandal! Nee, die Zunge hüten. Nein, ihr seht nicht. Ich bin auf meinem Weg zu ihrem Kampus, als wir sprechen. Ich wusste immer, dass meine Studierungen in Gukliak kommen würden. Warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Mein Freund, jede Geschichte erinnert von einem Drogen. Bis wir uns wieder treffen. Okay. Äh. Okay. Kommen wir hier runter? Tatsache. Orn. Fisch. Sieht auch nicht gerade happy aus. Ähm. Zup, 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 zup. Hm. Okay. Thumb. Thumb. Power. Oh. Danke. Okay, grrmf. Uh, tuffet. Hallo, tuffet. Oh, er schläft. Mit Tieren umgehen, die Bären vorsichtig anstupsen. Ne 10. Uh, Gott sei Dank. Danke. Hallo, Hölzchen. Hey, kleiner Racker. Ey, tritt das Eichhörnchen nicht. Nein, nicht treten. Ach, komm schon. Ernsthaft, da will ich einmal nett sein und dann das? Kritischer Fehlschlag. Hatnäckiges Eichhörnchen. Nein. Wir lassen es in Ruhe. Äh. Kann sein, dass wir jemanden vergessen haben. Kinders. Und wieder rauf mit uns. Danke. Mal sehen. Ja. Vielleicht haben wir mehr Glück. Uh. Ja, dennoch so. Das ist mit einem Zungenschnalzen Tadeln. Ja. Wieder nicht sehen. Ach, jetzt einfach. Ja. 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 Das ist mit dem Geigebiet zu lassen. Sie hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen, damit wir uns von den Bäumen fernhalten. Du erhältst jenen Ohr. Ja. Okay. Danke schön. Ach, wir sind wieder hier oben. Okay. Das ist der andere Weg nach unten. Okay. Na dann. Bitte alle mal einsteigen. Hallo. Alle einsteigen. Danke. Nächster Halt Erdgeschoss. Okay. Nichtsdestotrotz. Ähm. Lass mal. Suche das Nachtlied. Einer der Abenteuer der Zwerge. Der Zwerg Brian besitzt eine Karte, die zum Nachtlied führt. Er wurde allerdings von Goblins beim Tempel getötet. Rette Arabella. Ja. Rette den Ruiden Halsin. Rufe die Heilerin Nettie zu Hilfe. Als wir nach Heilung fragten, würde uns geraten, im inneren Heiligtum Ausschau nach Nettie zu halten. Ja. Und jetzt würde ich um die Heilerin hoffen. Ich war mit dir in die Heilerin Nettie zu Hilfe. Ja. Wie, die Heilerin Nettie zu Hilfe. Alles da vorne. dann wollen wir mal eine steintür rein mit uns oh die bin gift was hat das mädchen wirklich verbrauchen hmm Silvanus waren die edelgesäten Samen, wichtiger als Kinder zu bestrafen. Nicht wahr? 15! Oh, shit! Nein! Das wird nichts. Schade! Zum einen würde mich eins reizen Aber ich würde auch noch mal gern würfeln 2d20 Weil wir im Vorteil sind Ich riskiere es Was brauchen wir? Eine 10 Sollte gehen mit 5 Bonus Ja, danke Ah, Baden sind so nett zu spielen Ja Sie ist mehr wertvoll Da ist, als hier Zufisif, Teela, zu mir Aus, Thief Was ist los? Danke, Korga Master Holson wird Holson ist nicht hier Schau seinen Namen aus deiner Haut Lass Teela pierce es Okay, Schattenherz hat irgendwas weh getan I know that look You're wondering why I was in pain before Let's just clear the air about that now It's just an old wound that hurts me from time to time Nothing to be concerned about It's nothing to do with the tadpoles at least In case your imagination is in danger of getting away from you It's just something I have to live with Hmm We'll see I thought this will Quite a lot, if I'm being honest But it always passes quickly So, I can manage Okay Gail That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs But at least the child is safe What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Eben Das war, um uns treu sein Kind so vorzuführen Gut, dass wir eingeschritten sind Vergebung bedeutet nichts Klingt, als hättet ihr was zu gestehen Ha! Und du nicht? Du bist vollständig ohne Weiß oder Schmerz oder die ökologische Lapse in der Juden? Nein Du hast mich nicht als ziemlich so fasziniert Hast du eine Ahnung, mein Lieber? Hast du eine Ahnung? Ähm Raph Leug Kaga Silver Ren Pinta Okay Olodan Auch nicht sehr gesprächig Ähm Kaga Ja Ich würde aber Erstmal gern mit den beiden hier quatschen Nicht auf den Tisch Studie der Schwertkünste Teil einer größeren Karte mit dufternden Harz auf die Seite geklebt Jemand hat von Fluch befleckt über die östlichen Lande geschrieben Jenseits der Berge auf die Straße nach Baldurs Tor Finsterer Bericht Pfotenabdrücke Wenn niemand Halsin sucht könnte ich es tun Keine Sorge ich werde empfinden Halsin Halsin ist ein Elf mit der Präsenz von Halsin Halsin ist ein Elf mit der Präsenz von ein Bear Die schwarze Also warum jetzt nicht die Anwesenden um Hilfe bitten? Aber als allererstes würde ich jetzt gerne mal mit ihm sprechen. Äh, Markgrün? Ah, auch so einer Kaga. Bin mir noch nicht sicher. Ummm...